Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Corporal Space Programme, wo wir seit letzter Folge diesen kleinen Lander hier bauen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, weil ich noch kurz telefonieren musste, hier oben schon die Kappe drauf gesetzt, genauso wie hier unten eine Fairing angebaut, die sich dann darüber zum Schutz bildet. Und als nächstes wäre jetzt die Zwischenstage dran, bedeutet wir brauchen jetzt einen passend großen Tank dafür. Und den natürlich zu finden ist wieder so eine Sache. Ich glaube nicht, dass der sich gut... Oh, doch passt, okay. Oh, jetzt ist es laggy. Warum wird es immer laggy, wenn man irgendwas macht hier? Das ist so Katastrophe. Ich weiß nicht genau, was es mit den Fairings auf sich hat. Ach, schade, sobald ich das an den Fairings festmache, ist da der Weltuntergang dran. Wir müssen erst so bauen und dann können wir den Rest machen. Aber ich will da meine Lieblings-Triebwerke am liebsten verwenden. Ich habe da so meine mittlerweile meine... Ja, nehmen wir es mal Favorites. Die super funktionieren. Das hier zum Beispiel. Das hat auch ein Vakuum 2000. Und funktioniert einwandfrei. Aber es gibt eine Stage mehr dran. Erstens ESA-Farben wieder. ESA-Farben und einmal vergrößern. Zack. Haben wir 3000 hier drin. Dann kommt eine Kopplung rein. Kopplung. Dieses Pony ist halt, du musst jetzt wirklich alles so machen, dass das passt. Weil einfach so beschissen ist. Ich sage es jetzt mal ganz offen. Es ist beschissen, wie das da teilweise funktioniert. Weil ich hätte halt doch gern 150%. So. Und jetzt kommen die großen Triebwerke noch dran. Dann wählen wir den Tank hier. Zack. Natürlich jetzt auch keine kleine Rakete. Das ist natürlich klar. Aber trotzdem. Teilweise ist es halt schon ein bisschen nervig. ESA-Farben. So. Dann setzen wir das ganze Teil noch höher. Und das erste ist natürlich erstmal ein Testflug. Weil wir wissen ja alle, es kann jederzeit was schief gehen. Und wenn was schief geht, wäre das eine Katastrophe für unser Projekt. Und das wollen wir nicht. Es hat ein bisschen zu wenig Frost. Rein theoretisch. Und dann noch eine Fairing dazu kommt. Aber dafür haben wir, wie wir jetzt heute einen kleinen Trick. Wir müssen diese kleinen Setmuster haben. Die kommen hier dran. Und kriegen ein Standard-Triebwerk dran. So werden natürlich auch einmal verbessert, obwohl die Ino einmal zünden. Aber verbessern schadet nie. Und jetzt sollten wir, ja, das zünden mit dem, das zünden mit dem. Jetzt haben wir insgesamt 2,4 an Schubkraft. Das ist natürlich mega genial. Landen kann das Teil natürlich nicht. Das ist ja auch irgendwie zu erwarten. Bei so einem Teil, äh, so. Was ich über den jetzt gerne mache, ist das einmal drehen. Damit wir nicht unbedingt in die Reichweite der Triebwerke hier kommen. Weil die werden jetzt noch ein bisschen reingeschoben. Und sollte hoffentlich das alles ein bisschen... ...frei sein. Perfekt. So, perfekt. So wollen wir das... Was natürlich an diesem Teil nicht zu vergessen ist, dass wir Wissenschaftsteile dran wollen. Weil ich vergesse, das ist sowieso wieder. Aber Hauptsache, wir haben es dran. Hier neben die Tür kommt gleich mal ein Wissen, wissenschaftliche Daten und Programme mit der Geigerzähler und alles hin. Die wir dann direkt verwenden können. Äh. Barometer natürlich auch. Aber auf der anderen Seite in diesem Fall. Du kommst auch hier ran. Aber die sind ja alle auch geschlüsselt. Bedeut, die müssen dann nur Reentry rein theoretisch überleben. Dichtigt sich hier oben einfach hin. Das sollte ja auch wurscht sein. Es geht in keinen Weg rein und so Zeugs. Von daher. Wir gehen jetzt einfach so nach unten. Genau. Haben wir hier noch so eine Kleinigkeit. Alles mögliche dabei. Und ich glaube aber, ich habe auch hier oben noch Platz drin. Dass ich sagen kann, es gibt doch diese schönen Wissen... Ah, die muss ich aber wahrscheinlich unter EVA-Adams finden. Die müssen... Doch unter Wissenschaft. Diese EVA-Packs. Die ich vorhin hatte. Die waren toll. Die will ich nochmal haben, bitte. Übrigens 50 Wissenschafts, egal wo ich es mache. Hauptsache, ich mache sie. Wo waren denn die? Hilfsmittel? Ey, Problem ist, ich weiß nie, wo die sind. Hallöchen. Wo seid ihr denn? Wo habe ich denn die gefunden? Containers? Nee. Ladung? Ladung? Da sind sie. So. Ein EVA-Reparatur-Kit natürlich. Die können auch noch dazukommen. Was hier auch nie zu vergessen ist, dass dieses Ding Shielding braucht. Und sonst haben wir echt ein Problem. Und gar nicht, diese erweiterten EVA-Packs haben wir die schon. EVA-Jetpack. Nö, scheinen wir noch nicht zu haben, leider. Das ist ja auch zu schön. Aber das passt schon so. Wir haben eine fertige Rakete. Das einzige, was natürlich diesem Teil noch fehlt, ist ein Notfall- automatisches Heimführungssystem, das sich hier dranhängen lässt. Falls was ist, muss das jetzt jederzeit auch nach Hause fliegen können. Unbemannt. So. Und immerhin wird das erste auch ein Testflug sein. Der muss auch automatisch ausgeführt werden. Pipa-Pups. Wir brauchen nicht auch noch hier Stabilisatoren. So. Das muss jetzt genau gleich sein. Genau. Perfekt. Ich wollte noch... Ah, Antenne. Genau. Antenne. Kommune können. Hier gibt es einen Standard. Winni-Teile dran, hier oben. Vier Stück hätte ich gerne. Die können dann im Weltraum ausgefahren werden und benutzt werden. Perfekt. Dann ist das unser... Min-Mus... Explorer. B-21. Das ist die 21er Variante sozusagen. Speichern. Und jetzt kommt sowieso gleich der Horror. Wir müssen das einmal abnehmen. Jetzt kommt hier sozusagen Fairing und alles. Nutz, Last, Schutz. Äh... Wo ist denn hier Fairing? Hä, das war doch nicht mal der Plan von der Fairing. So. Und dann kommst du unten dann. Und instant fängt das Teil an zu lecken, wie so. Zeige ich, ob wir die Speichern drücken können. Staging war mit auf der Startplattform. Weil wir starten das Ding natürlich nochmal. Irgendwann muss es getestet werden. Katastrophe. Warum? Ich hasse es, wenn... Ich weiß auch nicht, wieso leckt es dieser Fairing-Mod. Weil sonst muss ich den Fairing-Mod rausschmeißen. Obwohl ich den einfach mega cool finde. Weil du halt doch mehr Fairings kriegst. Und die ein bisschen Farber regeln kannst. Obwohl... Ich muss mal probieren, ob ich den rausnehmen kann. Ich muss mal ein Backup vom Display machen. Und dann das testen. Ihr werdet auch aktuell nicht meinen Modpack downloaden können. Aufgrund davon, dass mein Server sozusagen down ist. Weil ich den noch... Ja... Nicht weiß, wo ich mit dem hingehe. Oder genau, wie ich das mache. Aber sobald da sich was verändert, natürlich erfahrt ihr davon. Wie schnell das geht, kann ich euch jetzt aber leider nicht sagen. Gut, und jetzt nochmal mit euch das Planning durchzugehen. Wir testen jetzt unsere Minimus-Rakete auf Stabilität im Flug. Coupling und so weiter und so fort. Wir müssen leider das Staging jetzt nochmal machen. Weil das Staging, dass das passt, werde ich irgendwann mal machen. Wenn ich genug Zeit habe, das von Arnappi zu schieben. Ich schaue da auf jeden Fall sehr, sehr elegant aus. Staging, schauen wir uns an. Das sind die drei Booster hier. Das, dann öffnet sich das, genau. Das ist hier. Und dann startet aber auch bitte direkt das hier. Das kann aber direkt mit dem passieren. Und das sollte eigentlich so passen. Das bedeutet, wir machen das jetzt natürlich mit einem schönen Countdown. Launch Sequence, Back Settings. Ich hätte gerne... Nehmen wir auf Delta 2. Launch. Launchen able to flight. Flight. ATC-3 Main Power Disable on. On. 100% Lux. Hydraulics are go. Go Delta. Go Snap. T-minus 15 seconds. Green board. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. Und so startet die nächste Mission, die erste Testmission für den EVA, für den Minmus-Test-Sylender. Mit vollem Karacho nach oben. Wir reduzieren mal die Geschwindigkeit, weil das Ding hat ja ordentlich Thrusty unter dem Arsch. Und wenn wir mit zwar 1,7 SGV fliegen, egal, 1,5 SGV, schießen wir in den Himmel. Was schneller ist als jede andere Rakete seit langem. Sie ist heavily over-engineered. Aber das ist auch gut so, weil wir brauchen over-engineered Flugzeuge in der Zukunft mehr als manche wahrscheinlich von euch glauben mögen. Und ich bin jetzt echt ein bisschen überwältigt von dieser Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass Bob und Hildo, unsere Techniker, wir haben keine richtigen Piloten sogar dabei. Aber das ist ja tendenziell sogar wurscht. Weil immerhin haben wir einen Computer dabei, der diese ganze Mission leiten kann. Oder auch wird in Zukunft öfters mal. Aber ja, das ist natürlich wirklich alles eine Sache, die man so sehen muss. Das Fuel ist aber auch, muss man sagen, bald zu bei. Wir werden jetzt den Flugwinkel verändern und dann nochmal ordentlich Schub geben. Wir werden auf 20, 25 Grad gehen und den Flugwinkel so anpassen, dass wir da runterkommen. Jetzt darf das Ding nochmal richtig Schub geben. 4,1 SGV. Und es steigt unerbittlich. Die G-Kräfte wirken hier auf Bob und Hildo wie Sau. Aber was erwartet man denn sonst? Und der Booster ist leer. Next Stage ist aktiv. Und wir stoppen ihn mal. Wir sind nicht schon bei 96 Kilometern. Wir haben eine gute Flugbahn. Add Manöver hier. Wir werden mal schnell jetzt ausziehen. Schauen, dass das alles passt. Wir brauchen zwei Minuten Schubzeit alleine für dieses Manöver. Aber das wird hoffentlich gut funktionieren. Wir brauchen nur ein bisschen über die Hälfte von unserem Treibstoff. Wir decouplen auch gleich mal alles. Schubzeit ist 1 Minute 29. Okay, besser wie erwartet. Aber okay, weil wir wahrscheinlich auch gerade den Weltraum gewechselt haben. Da sind natürlich die Anforderungen anders. Wir tun offiziell jetzt die Front weg. Und wir haben offiziell ein Problem. Uns hat unsere Box gerade vernichtet. Okay, gut zu wissen. Das war unerwartet. Und mein Mikrofon will gleich mitspielen. Das war ein Rapid... Nicht vorhersehbares Disassembly. Ich glaube, das lag daran, dass wir versucht haben, die Fairing gleichzeitig zu decouplen. Ich vermute es mal so. Aber wir haben immerhin kurz Zeit, um die ganze Technik zu testen. Wir haben zwar nicht viel Zeit, aber ein bisschen Zeit. Und wir sind wenigstens auch nicht im Orbit, wo das passiert ist, sondern noch vorm Orbit. Wir decouplen auch die untere Stage jetzt. Unsere Antennen sind ausgefahren. Außer einer, lustigerweise. Antenne ausfahren. Der Wissenschaftler darf kurz aussteigen. Und tauscht das gegen das. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Kann ich das auch austauschen? Kann ich das auch austauschen? Okay, wir wollen auch noch irgendwo einen Lagerplatz. testen. Wir können auch hiermit sagen, dass wir wenigstens ein gutes Schutzsystem hatten, wie es scheint. Aber wir gehen auch wieder gerade sehr rapide runter. Das bedeutet, wir sollten uns für die Landung bereit machen. Gehen wir an Bord. Borden. Dankeschön. Jetzt werden die... Oh fuck, das sind nicht die passenden. Das ist natürlich ungut. Bitte kann ich die abreißen? Dann sieht man immer wieder auch natürlich die, die Probleme machen. Wir drehen uns jetzt bitte ganz schnell auch an die Gegenrichtung. Make ready for impact. Hinter uns sind einige Sachen hier. Die auch Interesse haben abzustürzen. Das ist so eine Sache, wenn um einen herum alles runterfliegt, was brennen kann. Oh je. Das war jetzt ein suborbitaler Flug, äh... Aller Willard. Ja. Die Solarpaneele dürften bald abreißen. Vermute ich. Jetzt schießt der Rest auch durch die Atmosphäre. Durch das irgendwie? Doch, jetzt halt auch. Das ist ein Hagel an Zerstörung. Der reinste Hagel an Zerstörung, wenn man sich so anschaut. Endlich diese Malarmodule. Die Kräfte haben sie zerstört. Aber das Ding hat eine schöne Oberfläche, eine große. Bedeutet, es bremst extrem. Wir warten noch auf die passende Höhe zum... Deployen der Parachutes. Vielleicht mache ich hier oben noch ein Docking-Modul. Rein theoretisch könnte man dann überlegen, ob man das nicht sogar dockbar macht. In Zukunft. Ja, da müsste man noch überlegen, wie man es genau macht. 8000 Metern werde ich die Fallschirme öffnen. Dann schauen wir mal, wie das läuft. Bremsfallschirme sind geöffnet. Nur ein paar. Die Büchse fällt zum Boden. Aber immerhin, wir kommen zum Boden. Buoyan-Modul Bei 1-5 sollten sich, glaube ich, die einöf- Kammed mal abweiß zu tun. Jetzt fliegen wir allein schon noch mit 20 Meter pro Sekunde nur mit denen. live in den Boden. dran es hilft sich ab und mit vier sechs Metern pro Sekunde geht es den Boden perfekt so wollen wenn es sehr kleine Schutze wird wird hatten schon wie nötig die sind damit über die Geschwindigkeit halten ich werde immer so ein paar mal Karten schauen ob sich die Geschwindigkeit ändert vom Fallschirm oder ob es komplett reicht das ist zu sagen nur die Hauptfallschirme dann haben es reicht vollkommen die Hauptfallschirme 200 Meter und wir fallen weiter zum Boden oder 50 100 60, 50, 40, 30 und Touchdown die Büchse ist gelandet wie wir wiederholen die Büchse ist gelandet habe ich sogar relativ gut am Boden gelandet relativ gemütlich hier ne ich würde sagen wir geben mal das Raumfahrzeug zum Bergen wir wissen jetzt die Fehler ich werde die in der nächsten Folge ausmerzen dann werden wir den nächsten Test vielleicht sogar schon wenn alles gut läuft bis in den Weltraum die erste nächste Mission machen und das Ding vielleicht auf dem Mann testen oder direkt zumindest fliegen das werden wir aber sehen erst in der nächsten Folge ich hoffe es hat gefallen wenn ihr das mit dem Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder also bis dann ciao 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 ciao